Kennst du das, wenn du mal richtig wütend bist, weil was nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast? Oder wenn du plötzlich traurig bist, vielleicht sogar ohne genau zu wissen warum? Wusstest du, dass alle Gefühle wichtig und richtig sind? Sie sind nämlich da, um dir zu helfen. In unserem heutigen ersten Superhelden Kids Video wollen wir genau darüber sprechen, über unsere Gefühle und wo sie überhaupt herkommen und warum sie eigentlich so wichtig sind. Du weißt ja bestimmt schon, dass in unserem Kopf unser Gehirn liegt. Da drinnen gibt es ganz viele kleine Nervenzellen, die miteinander sprechen und sich ständig austauschen. Dein Gehirn kannst du dir wie so eine geheimnisvolle Welt vorstellen. In dieser Welt liegt eine Stadt und zwar nicht irgendeine Stadt, sondern die Hauptstadt von deinem Gehirn. Der Name unserer Hauptstadt in unserem Gehirn ist Amygdalis. Hier in Amygdalis leben die Gefühlehelden. Das sind kleine, mutige und kluge Wesen, die jeden Tag gut auf dich aufpassen. Wir begegnen heute zuallererst den Beschützergefühlen. Diese Gefühlehelden sind immer sehr wachsam und passen gut auf dich auf. Sie schützen dich vor Dingen, die dir möglicherweise schaden könnten. Das erste Gefühli, das wir treffen, ist das Angstgefühli. Das Angstgefühli ist klein, hat aber große aufmerksame Augen, die alles im Blick haben. Wenn du gut zuhörst, kannst du hören, was das Angstgefühli dir sagen möchte. Hallo, sagt es. Ich bin das Angstgefühli. Ich bin hier, um dich zu warnen, wenn etwas gefährlich sein könnte. Ich sorge dafür, dass du vorsichtig bist und dich in Sicherheit bringst. Als nächstes treffen wir das Traurigkeitsgefühli. Das Traurigkeitsgefühli sagt dir. Hallo, ich bin das Traurigkeitsgefühli. Ich bin da, wenn du etwas verloren hast oder enttäuscht bist. Ich helfe dir, deine Traurigkeit zu fühlen und zu verstehen. Manchmal müssen wir einfach still sitzen und nachdenken oder auch ein bisschen weinen, damit unser Herz wieder leichter wird. Das nächste Gefühli kennst du bestimmt auch schon. Es ist unser Wutgefühli. Es ist voller Energie und leuchtet in einem kräftigen Rot. Ich bin das Wutgefühli, ruft es. Ich bin hier, um dir zu helfen, wenn etwas unfair ist. Ich gebe dir die Kraft, um für dich selbst einzustehen und um zu zeigen, dass du Respekt verdient hast. Kennst du auch schon das Ekelgefühli? Das Ekelgefühli ist ebenfalls sehr wachsam und es rümpft immer leicht die Nase. Ich bin das Ekelgefühli, sagt es. Ich passe auf, dass du dich von Dingen fernhältst, die schlecht für dich sind. Wenn was nicht in Ordnung ist oder ekelig aussieht, dann bin ich da, um dich zu warnen. Jetzt kennst du also die vier wichtigsten Beschützergefühle. In Amygdalis gibt es noch eine zweite Art von Gefühlehelden, die hier auch leben. Und das sind die Starkmachergefühle. Diese Gefühlehelden geben dir Kraft, mutig zu sein und Freude zu finden, sogar in den schwierigsten Momenten. Kennst du zum Beispiel das Mutgefühli? Es strahlt in seinem kräftigen Orange. Es sagt, hallo, ich bin das Mutgefühli. Ich helfe dir, deine Angst zu überwinden. Auch wenn du dich fürchtest, bin ich bei dir und ermutige dich, neue Dinge auszuprobieren und alle Herausforderungen zu meistern. Den nächsten Gefühlehelden kennst du bestimmt auch, nämlich das Fröhlichkeitsgefühli. Es hüpft umher und lacht und springt und freut sich. Ich bin das Fröhlichkeitsgefühli, ruft es fröhlich. Ich bin da, wenn du glücklich bist oder etwas Schönes erlebst. Ich bringe dich zum Lachen und helfe dir dabei, die schönen Momente in deinem Leben zu genießen. Kennst du auch schon das Entspannungsgefühli? Es strahlt in seinem ruhigen Türkis und es sagt ganz entspannt, Hallo, ich bin das Entspannungsgefühli. Ich helfe dir, ruhig zu bleiben, wenn du wütend wirst oder gestresst bist. Ich zeige dir, wie du wieder zur Ruhe kommst, damit du wieder klar denken kannst. Ein wichtiges Starkmachergefühl ist außerdem das Neugiergefühli. Das Neugiergefühli schaut gespannt in die Ferne. Es ruft, ich bin das Neugiergefühli. Ich ermutige dich, die Welt zu entdecken und neue Dinge auszuprobieren. Ich zeige dir, wie spannend es ist, neugierig zu sein und immer wieder was Neues zu lernen. So, jetzt kennst du also auch die vier wichtigsten Starkmachergefühle. Du weißt also jetzt, dass in unserer Hauptstadt Amygdalis die Beschützergefühle wohnen und die Starkmachergefühle wohnen. Und jetzt kommt das Beste. Denn jeder dieser Gefühlehelden arbeitet nicht allein. Sie sind wie beste Freunde, die sich gegenseitig helfen. Das Angstgefühli hat das Mutgefühli an seiner Seite. Das Traurigkeitsgefühli, das Fröhlichkeitsgefühli, das Ekelgefühli, das Neugiergefühli. Und das Mutgefühli arbeitet eng mit dem Entspannungsgefühli zusammen. Gemeinsam helfen dir die Gefühlehelden, deine Gefühle in Balance zu halten. Sie zeigen dir, wie du deine Gefühle lenken kannst, damit sie dir in jeder Situation zur Seite stehen und helfen können. Bist du bereit, die Welt der Gefühlehelden noch weiter zu entdecken? Wenn ja, dann abonnier diesen Kanal gemeinsam mit deinen Eltern oder Erzieherinnen oder Lehrkräften, um keine weitere Geschichte zu verpassen. Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gut gefallen und auch, dass sie dir geholfen hat, dein Gehirn und deine Gefühle ein bisschen besser zu verstehen. Denke gerne an eine Person, von der du glaubst, dass ihr diese Geschichte vielleicht helfen könnte und teile das Video mit ihr. Nächsten Sonntag geht es um Sonja, die Schwierigkeiten hat, ihre Wut zu lenken. Ich bin sehr gespannt, wie ihr die Gefühlehelden da zur Seite stehen können. Ich freue mich auf dein Like. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.